Hallo ihr Lieben und hohoho! Heute ist der 24.12. Es ist Weihnachten und wir wollten uns in dem Video einfach nur bei euch bedanken. Für die lieben Kommentare, für das Zuschauen, einfach nur fürs Dasein auf unserem Kanal. Dass ihr uns aushaltet. Obwohl müsst ihr ja theoretisch nicht. Macht ihr ja alles gerne. Hoffentlich. Für den Support auf jeden Fall. Genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit mit den Liebsten. Ja, erholt euch ein bisschen. Das Wichtigste. Bleibt gesund. Feiert im Kreise eurer Familie. Esst was Tolles. Das ist auf jeden Fall. Weihnachten und Essen gehört einfach zusammen. Das ist ja jetzt das letzte Türchen von dem Adventskalender, den wir mit der lieben Sophie zusammen machen. Und es wird jetzt hier heute kein großes langes Video geben, sondern wie gesagt, nur ein ganz liebes Dankeschön, einen Weihnachtswunsch gewünscht. Und einer von euch kann auch ein Überraschungspaket gewinnen in diesem Video. Also ein kleines Paket mit ein paar schönen, ja, kleinen Geschenken von uns als Dankeschön, als Weihnachtsgeschenk sozusagen. Was ihr dafür tun müsst, seht ihr unten in der Videobeschreibung steht alles drin, was ihr dafür tun müsst. Und dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg auch dabei. Und ja. Dann kann man nur noch sagen, frohe Weihnachten. Und hoffentlich ein paar geruhsame Tage. Erstmal alles ein bisschen entschleunigen. Das ist ganz wichtig. Und dann alle, die arbeiten müssen, auch euch trotzdem eine schöne Weihnachtszeit. Genau. Dann macht's mal gut und ho, ho, ho. Auf die andere Seite, wie bei der Uni, so. Ja, das geht bei der Uni. Haben die nicht diesen Hutchen mit dem, wo das dann hier rüber ist, wenn sie bestanden haben? Ich habe bestanden. Yay. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tchau. 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 Pferdorf.